Danek aus Oberwenningen. Er hat drei Minuten, sehen wir, aber die Zeit ist eigentlich nicht so das Problem. Er hat drei Minuten, sehen wir. Das ist es. Felix, kurz, sitzt genau unter dem Bus, mein Lieber. Danke. Oh oh. Nein, 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 nein. Oh, jetzt ist die Überzeit vorbei. Wie hält? Noch um 90 Grad. Ja, ja. Nein, nein, um ist er nicht. Nein, nein, also her. Nein, 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 nein. Oh. Auch. Naja, ich muss... Heilig scheint es nicht zu haben. Ja, naja klar. Der verkauft nebenbei noch Heizdecken. Ein Überhang. Ich nicht. Wir nicht, aber eher hoffentlich. So, 20 Sekunden Milan. 10 Sekunden. Einmal. Einmal darf er noch. Einmal darf er noch. Und... Ja, okay. Also. Uh!